Herzlich willkommen zurück, hier auf den Lieblingskanal, Tomwegzockt. Heute wieder mal, sind wir am Start, mit Nehundern und Trapi, in Halo Wars. Oh, wo, 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 wo. Heute Gute, heute ein Gutachten, weil die Lichtkuppel sehe ich gerade. Richtig. Schön, dein Kumpel, ne? Ja, Sigi, gucken wir mal, was die Kuppel so zu bieten hat für uns, ne? Genau. Wollte ich mal sagen, Abfahrt rein in die Olga, ne? Und in die Magdalena, ne? Geil, Allah. Dann ist das ein Energieschild, mit dem Sie den Planeten schützen können. Ja, Captain. Wir können nicht hindurchsehen, aber die Allianz zeigt was aus. Richtig. Und wir müssen rausfinden, was das ist. Können wir ihn mit den Chips-Geschützen ausschalten? Dann zerstören wir vielleicht auch alles darunter. Die Schildtechnologie der Allianz ist anfällig für überhitztes Plasma. Haben wir nicht gerade testweise Plasma-basierte Linus im Einsatz? Laut Inventalliste der Pillow-Ortum haben Sie einige Prototypen am Wort. Es wird etwas dauern, die Energiestärke richtig einzustellen. Und dafür müsste ich da unten sein. Professor, Sergeant Forge, knöpfen wir uns diesen Schild vor. Boah, babysitten nicht schon wieder. Diese Abstecher sind totaler Pleite. Anders ist außer dem riesigen Alien-Ding noch was Interessantes. Die Scans scheinen okay. Sehen wir noch was drin ist? Ja klar, kicken wir uns doch mal an, wa? Da haben wir wohl ins Schwarze getroffen. Mehrere Feinde kommen auf uns zu. Ne, natürlich, Digi. Alter, muss ja direkt eskalieren wieder, ne? Tja. Oh. Ne, Base. Direkt, okay. Okay, okay. Ruhen jetzt. Einmal ruhen. Mit drei Versorgungsmodule, ne? Kurz waiten. Drei? Ja. Das ist auch eingeholt. So, ja. 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 Ja, du hast ja keinen Call gegeben. Du ja auch nicht. Ja. Ne, ne, das ist halt so. Infatrie. Hast du Infatrie? Hab ich selber. Auf geht. Auf geht. Gehen wir mal da rein. Da haben wir einen Reaktor sogar, Digga. Da brauchen wir keinen Reaktor zu bohren. Warte mal kurz. Guck mal. Hier oben. Ey, was soll die Scheiße da, Mann? So, können wir da reingehen jetzt? Wie geht denn das? Krass, guck mal, wir haben ja für einen Reaktor. Zack. Übernehmen Sie zwei MND-Reaktoren. Ach, ne, man kann ja auch nur so übernehmen. Was heißt, bringt die irgendwas? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, Alter. Ich fordere mal einen Rhino an, Digga. Achso. Hm. Ich glaube, das ist auch noch ein Reaktor-Ding. Guck mal, oben rechts, also neben deinem Reaktor ist auch ein Reaktor. Gehen der auch mal einen nehmen. Achso, hier, ja. Ich sehe. Was hat hier? Landeplatz. Ah, auch für einen Rhino, okay. Ja, ja. Kannst du drei, oder? Hast du jetzt... Nimm mal schon mal. Hast du einen Reaktor gebaut, ne? Einen Reaktor gebaut noch nicht, ne. Jetzt haben wir eins von eins. Hm, komisch. Warte mal, Kaserne, Fahrzeugdepot. Dann machen wir erstmal die Festung. Erstmal die Festung. Und wir bauen zwei Türmchen. Noch nicht. Hast du einen Reaktor, ja, ne? Die Festungserweiterung vollständig. Und ich hab den Reaktor, ja, ja, klar. Das war jetzt nicht so schwierig, sag ich mal. Können wir noch ein Geschütz hier hinballern? Okay, wir brauchen auf jeden Fall Luft. Noch ein Geschütz. Ja. Und zu Luft machen. Oh, der hat gesessen. Oh, der hat auch gesessen. Eieieiei. Was schmeckt doch, alter? Den haben wir auf... ...Rakete. Den machen wir auf Rakete. Digi-Benshee, alter, 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 ne? Geschütz aufgerüstet. Geschütz vollständig. So, Rakete, Rakete. Rakete. Sag ich, unsere Aufgabe gehört. Ich hab jetzt den Einreinung hier platziert. Optional... Übernehmen Sie zwei MND-Reaktoren. Haben wir doch gemacht, oder nicht? Eigentlich, ja, ne? Ach, den kann man noch... Ach so. Ah, ja. Ja, aber da laufe ich jetzt nicht mit mir ein paar Minikon rein. Ne, ne. Ich bin anscheinend wieder rausgegangen, auszusehen. Hm. Äh, haben wir... So, den machen wir auch noch Rakete. Dann haben wir schon mal überall geschützt, den wir auf Rakete. Ah, guck mal an. Jetzt haben wir diese Reaktoren übernommen. Gucke mal. So. Jetzt machen wir die Module noch fresh. Brauchen ein bisschen Kohlen. So. 1, 2, 3. Dann bräuchten wir ja auch gar nicht mehr... Saugungsmodul aufgerüstet. Braucht ein Modul, ne? So. Hm, ich brauche solche... Und wollen wir können gar kein Flugdepot bauen sich, Diggi? Ne, ne. Irgendwie nicht. Dann baue ich ein zu Fahrzeuge auf jeden Fall hier in Digga. Fahrzeuge, ja. Ist da die Basis 2 zu erobern? Also müssen wir die... Ich glaube, ja, ne? Ja, ich glaube, die sollen... Reiner Position 2. Wir müssen da sagen, Reiner. Ach, so meinung. Reiner steht aber schon. Wir müssen noch ein... Warte mal, können ja noch ein... Easy Snack hier. Ich habe noch einen angefordert, brother. Ist vielleicht alles kein Problem. Ach, da steht der. Oh, da ist aber Action dann, ne? Dann gehen wir mal rüber. Da oben. Wir müssen den Rhino beschützen, Diggi. Jaja, ich stelle jetzt den anderen Rhino einfach da noch ab. Da oben, Katze, wir müssen aber die ganze... Die ganze Klamotte da im Arsch machen. Ja, ja. Das klappt schon mal gut. Die Frage ist, noch eine Kaserne, aber... Ach, das Volk ist halt echt Muche immer gefühlt, so. Ja, Flammerfa-Leute sind natürlich geil, ne? Sonst, wenn wir jetzt nur eine Kaserne und Dings bauen können, dann würde ich eine Kaserne bauen, glaube ich. Ja, dachte ich mir auch halt so, weißt du. Ja, wir können halt noch Rüstungsdepot bauen, aber ja. Hä? Verleihen wir mal die Kaserne hin. Rüstungsdepot? Also meinst du jetzt, äh... Fahrzeug oder was? Ne, das habe ich ja schon. Nein, ein Rüstungsdepot, das ist irgendwas anderes. Alle Einheiten. Sieh los, sieh los! Dann ballern wir mal so ein Skorpion hier, ne? Kasame vollständig. Jaa... Bist du da... du bist da oben in den turm reingegangen welchen turm die bräuchten hier was gegen luftabwehr so Wolverines ein paar stück ich baue mal ein paar um die dann forschen ich werde ein bisschen fußvoll gleich bei uns ein paar Flammenwerfer ein paar Marines ich forsche mal kurz die Fahrzeuge der Rhino muss mal ein bisschen gehealt werden da oben, Digi hat er ganz schön abgekriegt schon mehr Ressourcen benötigt Reflexionspanserung erforscht alle Einheiten sieh los oh man ey ja ja eins ich brauche mehr davon wovon? Wolverines mehr Ressourcen benötigt und Forschung alter ich gehe mal den Wolverine hier heilen den oberen da der schon da steht da kommt einiges runter also hin ooooh das müssen wir machen Digga doppelraketen für Wolverine kostet 900 ja geil ja geil hier war ganz viele äh Flugfahrzeuge da sind weißt du naja 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 wir brauchen aber erstmal einen Reaktor wir brauchen erstmal einen Reaktor Ding mehr ach lädt mich am S woher die Kohlen der Ole ohne Kohle ich habe jetzt drei Wolverines um unseren Dings da gepackt den UNS irgendwas da geht's nach oben dann geh ich hinterher da brauchst du mit Fußvolk ja auch gar nicht rein zu gehen Digga da ja das war wieder einsatzbereit richtig fiel los fiel los fiel los fiel los fuhr reaktor so wieder hoch eingetreten die frage ist ich brauche keine tropen werden oder wir müssen die wohnung zur platz ziehen und da glaube ich müssten wir fertig sein man könnte jetzt hier in einer thema hinstellen einer kann dahin einer kann verstehen bleiben also so ein plasma rino da auch angefordert steht schon hier muss mich rein brauchen wir noch so ein ding naja 100 pro da hier unten bestimmt ach so ja wir können transporter anfordern wo musst du denn ach du scheiße hier ist ein panzer hier ist ein panzer er kann auch hier bleiben auf der reise da oben von hier einmal rüber halten ja bräuchten auf jeden fall erstmal den panzer ach so denn schon gebaut ne der ist schon da ja doch wo ist er denn er kommt angerollt gerade ich werde mal stehen mit denen den transport die abholstelle die abholstelle ja dann noch bürger ist ja rot dann bist du genau wahrscheinlich weil ich den panzer befähigte das kann sein der problem ist aber hier sind leute ja gut das wird er da schon lösen ein paar figuren da also jetzt mal ernsthaft ich hoffe mein gott ne ich korrekt aber das war das war Dürfte bei dir sein Na so Oh man, da fehlt noch einer Gott ey Oh Die wollen die Base gerade hier ein bisschen zerbumsen Diggi Ich bin ja da Na, ich doch ohne Noch zwei Ach du Jesus Und sowas weiter Und sowas weiter Ach quatsch nicht, Didi Ja Ja Guck mal an da hinten Es ist nicht ohne Hast du doch schon so ein Ding angefordert wieder Ja 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 Machen Deck zwei Wir bauen noch nen Transport Ja 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 Wurde ein Anreiz hingeschickt. Okay. Hast du? Warte, tschüss mal. Boah, Junge. Mein Gott, geh doch da unten hin, Alter. Wir gehen los. Ach so, mein Panzer war platt. Wieso nicht, ne? Ach so. Ja. Oh Gott. Wir schießen da noch, Alter. Da unten. Da unten. Ey, ist ein bisschen Krieg, Alter. Was soll ich dir sagen, ey? Ja, wir werden gerade hier weg gemacht, ne? Im Lager. Ja. Was? Er wird aufgestellt. Ja. Ja, wir werden hier. Ja. 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 Dann transportier mal, hast du so ein Plasma-Rhyno noch? Du wolltest einen Born. Wie ist das bei dir? Achso, ja, dann machen wir noch einen. Ich dachte, du hättest nur einen gemacht. Nö, ich hab mich ja um dein Ding zugekümmert hier. Nö, da ist aber einige Einheiten. Hab ich denn noch hier was? Ja, eher noch. Eieieiei, der wird weggemacht. Oh, der ist weg. Also wir können auf jeden Fall nicht drüber da hinten, weil es ist noch sehr viel, sehr vieles da. Äh, unser... Denkst du plattgemacht. Der, geh mal hin, du hast die Truppen. Was denn, Digga? Ich kann noch nicht alles zeitgleich machen, Allah. Du machst doch nix, du bist schütterdrogen. Oh, ich mach nix. Ja, okay, Digga. Ich hab keine Einheiten. Unser Platterboy wird da oben im Arsch gemacht, nur zur Information, ne, die ganze Zeit. Ja, Digga. Ja, Digga. Digga. Reino hier. Ich brauche schnell Unterstützung. Reino ist Einsatz bereit. Das war's. Frischfleisch erforscht. So, Frischfleisch erforscht. Ja, sehe ich. Hey, 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 hey. Wo ist denn der Plasma? Na, der ist unterwegs, gerade zu 5. Ach so, wir könnten auch hier rum. Oh, lol. Never mind, Digga. Das ist natürlich smart. Du bist tot, ne? Ich habe gesagt, wir sollen warten, weil wir da sind Einheiten. Ja, ich habe gesagt, wir können loslegen. Vorhin, unterwegs. Unterweg. Unterweg. Das ist super. Erfauscht. Unterweg. Der ist der Verheißer. Unterweg. 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 Wart auf Bewehlung. Auf geht's! Ja, guck. Jetzt brauchen wir noch mal so einen Plasma-Duddy, ne? Hab ich schon. Ach so, gut. Warum nicht gut? Gut. Wie sieht's hier aus? Ok, ok. Ok. Ok, ja. Der Oxytank erforscht. Marine, hua! Da kommt er angebraust, der Ryan Wilder. Die maximale Höchstgeschwindigkeit. Wir gehen los! Wer ist ihr? Nein, nein, nein. Wir ziehen los! Warte auf die Seele! Auf geht's! Daumen drücken! Alle Rhinos schießen in drei, zwei, eins. Alle Rhinos schießen in drei, zwei, eins. Die Energieversorgung der Kuppel ist überlastet. Geschafft! Ja, ja. Geil! Kannst du das auch dingsen, oder was? Ja, jetzt mit A abfeuern. Mhm. Denk dran, die haben nur noch 95 Schüsse. Ja. 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 Ja, geil. Einfach zerfetzter Dorf hier. Die komplette Kuppel hops genommen, Dibi. Aha. Ja, guck mal. Ach so, ja. Ja. 25.000 Punkte mehr als ich. Ach so. Hm. Finde ich ja, mhm. Ja, schön, Digga. Da freuen wir uns drüber und sagen, auf Wiederschauen. Reingehauen? Ja. 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 멋inse. Ja. Was? Ja. Ja.